Guten Morgen Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Heute zu einem mega coolen Leggings Haul. Ich habe wieder ordentlich geshoppt und diesmal gibt es ganz ganz viele Leggings, ganz viele neue Sporthosen. Es sind meine absoluten Lieblingssporthosen. Die sitzen und passen einfach perfekt. Ich kann mich noch an den letzten Monat erinnern bei dem Haul. Da kamen so hardcore geile Hosen raus, die mit diesen Löchern an der Seite. Die waren so so cool und die waren innerhalb von Stunden ausverkauft. Das war der Wahnsinn. Und die Sache ist, die Modelle, die gibt es halt auch immer nur so viel, wie halt da ist. Und wenn die dann weg sind, dann sind sie halt auch weg. Aber dafür kommen auch regelmäßig neue raus. Und jetzt diesen Monat sind ganz viele neue rausgekommen und die möchte ich euch heute zeigen. Ja, das ist Hose Nummer 1. Ich habe bei allen Hosengröße XSS. Ich bin übrigens 1,60 groß, das heißt relativ klein. Und ihr seht schon, der Bund, der ist einfach perfekt. Das ist nicht so eine mega lange Hose, die dann ewig lang noch weitergeht, sondern es ist, diese Hosen sind mein persönlicher Traum. Dunkelblau mit so ein paar Löchern hier an der Seite. Hier unten am Bein auch nochmal. Die sitzen einfach perfekt und sind so mega gemütlich. Der Stoff ist auch richtig dick, das heißt, die sind alle blickdicht. Falls eine Hose dabei ist, die euch richtig gut gefällt, ich verlinke sie euch alle unter dem Video. Das war Hose Nummer 1. Ich würde sagen, wir machen weiter. Hose Nummer 2 ist ja mal der übelste Blickfang, oder? Wie schön ist das denn? Dieses Muster hier an der Seite und hier auch am Bein. Ich finde, das sieht so, so cool aus. Boah, ich liebe diese Hose, ne? Hammer! Hammer! Ja, das Perfekteste für mich an diesen Hosen ist ja, dass sie hier richtig fest sitzen am Bauch, dass sie den Bauch schön flach drücken, hier oben aber nicht ganz so fest sind. Das heißt, also, es drückt hier nicht ein und der Stoff hier ist, der ist fest, also es ist zu 100 Prozent blickdicht, aber der Hintern hat trotzdem Platz und rundherum hier ist alles fest. Das ist das geilste Tragegefühl. Ja, Hose Nummer 3, wieder eine schwarze Hose. Voll cool. Klassische schwarze Leggings braucht man irgendwie immer und die ist aber nicht ganz klassisch. Hier sind so ganz leichte Streifen, die sind auch so ein bisschen dicker, was natürlich wieder wundervoll betont. Tadaa! So, das ist dieselbe wie gerade eben die schwarze, nur in einem richtig coolen dunklen Dunkelblau. Sieht man hier auch wieder diese Streifen, wie hier an der Seite. Leute! Leute, guckt euch diese Hose an! Wie krass ist das denn?! Wie krass ist das denn?! Wie krass! Also, jetzt sagt man nicht, vor allem, wenn man in der Sonne steht, die funkelt wie Sau. Und dieser Glitzer geht auch nicht ab. Also, ich habe mich gerade gefragt, als ich es ausgepackt habe, ob ich jetzt gleich voll mit Glitzer bin. Ja, bleibt dran. Bitt ihr? Kein Glitzer! Also, das ist wieder dieselbe Hose wie die ganz allererste, jetzt allerdings in schwarz. Hier sehr cool, auf jeden Fall mit diesen Löchern an der Seite. Die aktuelle Geschenkeaktion, also alle Geschenke, die ihr bekommt, erzähle ich euch noch am Ende des Videos und verlinke ich euch natürlich auch unten. Das war's schon mit den Hosen, wir haben gar keine mehr. Okay, Leute, ich verrate euch die aktuelle Geschenkeaktion. Ab 45 Euro Bestellwert bekommt ihr diesen Monat ein Melty Bar. Das sind momentan meine absoluten Lieblingsproteinriegel. Ich liebe die. Ich habe mir eine 12er Packung bestellt. Und zwar bekommt ihr einen in Karamellgeschmack. Dann bekommt ihr noch dazu eine Tüte Kakao Nips. Dann geht's weiter. Ab 65 Euro Bestellwert bekommt ihr den Melty, die Kakao Nips und zweimal den Proteinsnack in Cookies und Cream Geschmack. Jetzt wird's richtig geil. Ab 95 Euro gibt's ein Melty Bar, die Kakao Nips, zweimal Proteinsnack und richtig geil einmal ein Pancake Mix in 400 Gramm. Und ihr könnt euch sogar die Geschmacksrichtung aussuchen. Die Geschenke aktiviert ihr wie immer mit dem Gutscheincode Sunny10, mit dem ihr auch nochmal 10% Rabatt auf alles bekommt. Ja, und alle Informationen findet ihr wie immer unter diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal gerne, welche Leggings euch am besten gefallen hat und ob ihr die Leggingshalls öfter haben möchtet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn's so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abo da lassen natürlich nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis bald! Bis bald!